Die Rede auf. Ja. Welten kommt auf Max? Auf Max? Nein, sieh nicht drauf. Knappe. Mein Gott schon. Ich und das Haus Fan von Life bedanken euch, dass ihr jetzt mal zu diesem Event gestiegen seid. Ja, ich habe meine Rede nicht ausgedrückt. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Ja, ich hab's auch so gesehen. Ich fand ihn auch sehr schön. Habe ich auch besprochen. Aufhängig ist so viele, die sich eingetragen haben. Der ist für den Sohn. Scheißegal, leck mich am Arsch. Ressliche kriegen noch von mir den Rund-DNS. Also nicht ohne, wenn wir euch da rein. Schöne Eis auf den Brunnen, ne? Bitte in Guus, vielen Dank, dass ihr nicht da wart. Wenn die bei euch am Sonnenbeilkriege kommen, nicht um. Da ich halt als Rund-DNS schicke. Ignorieren die Leute es, die da waren. Okay. Einfach unweifnütz. Losche. Du einfach schreiben PS an die Leute, die nicht da waren. Und? Äh. Fehl. Fehl. Nein, das meine ich nicht. Du schickst mir noch mal den Link, wenn die Bilder umgehen. Ja. 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 Und ihr kommt zu meiner Osterkunde. Ja. Wir prügeln. Aber nur mal wieder das Ei kriegt. Kleines, was? So wie hält man auch noch mal eine Rede. Aber die musst du noch mal lernen. Das könnte für dich besser. Ja. Es tut mir leid. Ich habe geprobt. Er redet leidens für dich. Was bist du für ein Wattler? Dann bin ich Wattler. Dann versuch ich jetzt mal mein Glück. Ja. Das Wort ist nur von Rino. Von meinem Rino. Von deinen Rino. Vom Arzt. Mein Rino. Von Dr. Rino. Professor. Richtig. Im Namen der Schimmertum, welchen bedanke ich mich bei dir, dir, den ich. Ja. Und natürlich bei mir nicht zu vergessen. Die Schimmertum hat noch mal eins. Was alle hier waren. Das war super lustig. Auch wenn ihr alle Tierquäler seid. Und so hast du es vergessen. Und so ist Schoko-Mohar. Und nicht mit Schoko. Es gehört nicht euch. Sehr richtig, aber auch gar nicht. Auch noch nicht. Und? Ich bin jetzt ein A-Hard. Ich bin jetzt ein A-Hard. Hab keine Rezepte. Richter. Also, ich liebe dich. Und dich auch. Und mein Nacken. Felix. Welche Mann? Dich auch. Ich will auch was sagen. Ja. Ja. Soll ich halten? Ich liebe alles, was die Brüste hat. Wir wollen schon auch. Nein, keine. Es passiert. Etwa. Ich hab keine. Geht's auch so rum, ne? Ich bedanke mich. Das war an alle, die da waren. Ja. Ja. grabbar. Ja. ich muss die Leute, die hier vorbeilaufen, aufnehmen. Die sind nur ein verschwommenes Etwas. Man sieht nur den verschwommenen Etwas. Sie sind zu nah dran. Sind Sie stolz drauf? Das ist nicht euers! Mit einem Eingriff mehr im Plaket. Du guckst es wie ein Arzt ohne Lithia. Dieses Eingriff zu bestürt! Ein die Klappe! Ah, genau! Gegenteil, die gestorken. Ich stalk dich schon viel länger. Ja! Ich sag schon seit 3 Minuten 40! Ja, ich sag 3 Minuten 43! Das war Kartenkontrolle! Lass hoch! Wolltest du noch was sagen? Boah, du blockierst den ganzen Gang! Mir doch egal! Doch, keine Leute! Kennen wir die euch noch? Ja, die waren im Japangang. Ich guck zurück zum Mandraskel! Geh doch! Ja! Für diesen Emo? Nein! Weißt du auch nicht! Außerdem ist das gekriegt viel länger als du! Ja! 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 Ja!